Klar sagen alle, dass die Welt heute sicherer ist. Als sie es je in der Geschichte der Menschheit waren. Fühlen sie sich heute sicherer als gestern? Also ich nicht. Die Welt hat sich verändert. Der Krieg, den wir heute führen, verlangt nach einer neuen Art Soldaten. Wir brauchen Leute mit Fähigkeiten und der Einstellung. Herausforderungen zu meistern, die wir noch gar nicht kennen. Wir brauchen jemanden, der durch einen Tornado geht. Als wäre es nur ein kleines, laues Lüftchen. Und auf die Knie! Wenn ihr nicht zurück wollt, hättet ihr auch fragen können. Einfach ausgedrückt. Sie sollen in ein paar Räsche treten und dabei möglichst cool aussehen. Für mich kein Thema. Knarren, Frauen und die Weltherrschaft. Alexander Cage ist zurück.